Jetzt achten, wie es geht. Ich glaube, jetzt hat es wieder gehen. Ja, ich bin live wieder. What the hell? Was ist passiert? Es hat mich einfach rausgekickt, man. Das ist unfair. Also, jetzt schau mal, dass ich das wieder... Das Ding irgendwie wieder reinbekommen kann. So. Nein, jetzt ist sie da drinnen. Hey, jetzt ist das extrem komisch. Das OBS ist einfach abgestürzt und dann hat es einfach nichts mehr funktioniert. So Sachen regen mich so auf, Mann. So. Jetzt sollte aber alles wieder gehen, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Schreibt mal kurz in den Chat, ob ich wieder da bin. Es sollte eigentlich schon so funktionieren. Komische Sache. Wirklich komische Sache. Aber wenn eh alle weg sind. Nein, ich bin da. Ah, du bist ja da. Okay. Ich habe gerade ein neues Achievement bekommen, Mann. Nice. Ja, ich habe es. Ich streame innerhalb von 30 Tagen an zwei verschiedenen Tagen. Und damals gibt es auch so Revolts von Twitch selber. Ja, ja. Du kannst jetzt auf Twitch... Hey, Big Dome. Hallo. Die sind vor allem um Gamification zu machen. Ja, das ist voll cool. Also, das hat... Hey, vor einem Jahr, als ich streamte, das war so kompliziert. Es war so kompliziert. Verhältnismässig zu jetzt. Du musst das OBS runterladen, konfigurieren. Es war gar nicht mal so einfach. Und mittlerweile ist es von Streamlabs alles runterladen, reinholen, importieren, von was du schon herrschst und so weiter. So, yeah! Merci für den Follow! Und... Nein, das ist verdammt krass. Es ist so einfach geworden. Für jeden Scheiß kommst du mit vielen Achievements über. Aber läuft wie ein Uhrwerk, habe ich jetzt gerade bekommen. Na, äh... Und Davey noch dazu holen? Der ist gerade nicht in einem Game. Ja, äh... Mach mal! Ich habe ihn eingeladen. Sehr gut. Was? Obszön? Mein Auto am Mod. Eine Nachricht wurde zurückgehalten. Obszön! Wahrscheinlich, gell. Obszön! Ich habe keine Ahnung, wer auch das gewesen sein könnte. Wer schreibt obszöne Sachen? Kann man schnell beschreiben. Ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Ja, das ist aber Dialekt. Das sollte schon sein. Schnäbigott! Du bist so dumm, Mann! Hallo, Degusab! Schnäbigott! Schnäbigott! Ah! Jetzt habe ich wegen diesem Scheiss-Dialekt, habe ich Schnäbigott verstanden. Statt Schnäbigott! Schnäbigott! Wow! Ich bin ein Schnäbigott! Wow! Du musst schnell auf zwei Zeichen rumgraben. Das hat mir jetzt gerade meine Blase drückt. Warte mal! Wolltest du noch mal Li Ming spielen? Weil ich noch zwei Mal Diablo Hero spielen muss. Aha! Du spielst auch noch mal Li Ming? Mhm! Oder willst du Li Ming spielen? Ich lebe! Aha! Du willst! Weil ich noch zwei Mal Diablo Hero spielen muss. Ach so! Ja, weisst du was? Ich mache mal Walla! Ich sache zwar mit Walla, aber ich mache mal Walla! Wie lange können wir warten? Wo sind die Moderatoren? Ja, zwei Minuten maximal! Ich bin schnell! Ich komme gleich wieder! Ist gut? Nein, nicht wegen dir! Ja, mach noch! Also ich bin gleich wieder da! Also Davy ist schon 5 Minuten am Start! Ui! Lego! Das heisst noch mehr Easy Winner als vorher! Ja, weisst du auch, wie das mit Hotz funktioniert? Ja, jetzt ist er ja Master gewesen. Aha! Also er hat Hotz einfach zum Fang gespielt. Ein bisschen nebenbei zum Aufwärmen für Dota. Und hat dann Easy Diamond gemacht. Nein! Master sogar! Ja! Ich habe auch noch mitgelegt! Oh ja, voll! Ich habe ja gesehen! Basel hat immer brennt! Es hat irgendwo bei uns im einen Quartier hinter jetzt so brennt, dass man der Kollege, der mitbewonner, der nach Hause steht, hey, hast du gesehen? Es brennt mich so! Was? Nö! Weil mein Fenster ist genau auf die falsche Seite! Es ist genau auf die Zweitens. Und er hat gesagt, ja von seinem Geschäft aus es ist einfach so links schöner Himmel und dann ist es dann nach rechts glückt und dann ist einfach eine schwarze Wolke gekommen. Und sie mussten so eine Toxinwarnung und weiss nicht was alles ausgeben, weil... Ja voll! Alle haben... Was haben Sie gesehen? Alle müssen Fenster zu machen, weil irgendwelche giftige Sachen ausgetreten sind oder so. Was? Ja, also am Hafen hat es brennt. Und es sind durch Striegebiete brennt. Und dann hat... Es ist das Resultat halt gesehen, dass irgendetwas abfackelt, was ich an einem Toxinwarnung rausgebe. Ja. Krass, ey. Holy fuck, jetzt mit den Fettelis, ey. Jesus Christ. Ja, es sieht richtig übel aus. Du sehst es... What the fuck? Oh mein Gott, du sehst es von überall. Von wirklich überall ist der Stadt. Und sie mussten sogar mit dem Wasser... äh... mit dem Feuerwehrschiff sind sie es gelöscht. Joll, okay. Hey, wait. Ist das nicht ein Fettelis von gerade neben mir? Das ist doch ein Fettelis von gerade neben mir auf dem Balkon. Löl. Krass, ey. Und das ist von ausserhalb von der Stadt. Jetzt sieht man es auch. Oh, oh. Krass. Nachaufnahmen sind rechtlich. Du siehst es ja aus der Innenstadt. Whoop! Ja, das ist riesig, das Feuer. Ja. Ich habe nicht mehr gekriegt. Nichts, gar nichts. Ah, ein Holzlager ist im Brand geraten. Ein Holzlager? Ui. Oh, scheiße. Ja. Ich habe nicht mehr einen Heifer mit dem Branden. Ähm, eventuell. Aha. Loll. Ja, gut. Äh, der Davey hat aber den Discord da nicht, oder? Aha. Ich weiß es nicht. Und ich glaube von uns kann niemand ihn einladen. Hm. Dann müssen wir andere Discord. Ja, wachsen wir halt schnell. Ja, ich kann auch niemanden einladen. Ja, ich auch nicht. Wollen wir in Equus Polarum? Dort kann ich Leute einladen. Also, dann müssen wir uns dort etwas switchen. Äh, woher? Ich höre das Polarum. Oh, wer ist das? Das Hühnli. Ah, ja, hier, genau. Einen wollen? Alle... Umhängen. Steffi braucht da auch noch einen anderen Namen. Nein! Why? Also, ich sehe es bei euch. Ich beimste Nespa, Laser, nur kurz zu rauchen. Scheintes Gefäß. Das ist Laser nicht gut, Mann. Laser ist super. Ja. Piu. Äh, ja, dann irgendwie nachher, ja. Ich probiere, der Brian ist sogar auf dem Server. Ja. Ich glaube, ich habe mal mit dem Brian da auf dem Server zusammengespielt. Achso. Weil er hat keinen Rang, das heisst, er hat nicht mit mir gespielt. Ja. Da wird er, glaube ich, wie das Letzte sein. Und dann mache ich eine Runde Dauntless. Dauntless gefällt dir jetzt richtig. Ja. 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 Wobei wäre ich kein Jurassic World, Kollege. Yay, nice. Hey. No! Ja, auf wen warten wir jetzt eigentlich? Von Davy? Davy? Der ist eben am Stabsaugen. What? Du musst dich überraschen. Ja, er ist etwa in 5 Minuten hier. Okay, lol. Also, dann überlegen wir mal. Wir haben einen Gesul, wir haben einen Ming. Ja, eigentlich fehlt er seinen Support. Ja, eigentlich schon. Ich habe keinen Support. Das ist super leid, aber ich bin so schlecht im Support. Wie viele Minuten sind aber vorbei. Ja, geil. Oder soll ich den Karasi im Spielen? Der hat wenigstens ein bisschen Hilfähigkeiten. Oder meinst du, wenn der... Der Jonas hat ja... Ah, der Davy hat Auto-Select. Kann natürlich sein, dass er einen Support bekommt. Das wäre natürlich schon nice. Ja, bei Auto-Select wahrscheinlich schon. Ja. Spielt ihr auch sonst Support? Boah. Du spielst doch aber Mayef, nein! Ich habe sie gespielt, als sie rausgekommen ist. Ja. Aber... Dort war sie mega easy, weil sie ja ultra-op war. Ja. Und seit sie halt nicht mehr so OP ist, ist sie recht schwer zu spielen. Okay. Schade. Und ich habe jetzt noch nicht so Zeit investiert, um dort ein Klima. Okay. Okay. Besser werden mit denen. Ja. Ja. Es braucht aber schon ein bisschen, bis wir da wirklich nähren... Mit Jaina. Mal ausprobieren. Und Karasim. Hm. Du, as you please. I don't know. Das ist so schwierig, ich habe... Also meine absolute Lieblings-Heroes, ich bin immer dir. Ja. Wie man... Wie man merkt. Tja. Der Big Dome meint, Partys sind ja auch nach dem Kino noch. Dave. Ja, aber nach dem Kino gehen die äh... äh... gehen wir noch essen. Ach so, ja gut. Also. Uh. Es ist Zeit. Du hörst. Mhm. Mhm. Ja. Du hörst. Mhm. Mhm. Du hörst. Mhm. Und der Davey ist jetzt, glaube ich, rum. Ja. Hast du den Davey schon eingeladen, dass du mit das gehört hast? Nein, noch nicht. Äh, dann mache ich das jetzt. Mhm. Wie das so eine schön erklärt hat. The ABC of Banning in Hero League. Always ban Chromie. Wieso? Ja, wenn sie... immer noch ein Broken angelückt wird. Ja. Auch wenn ihre Winrate... Auch wenn ihre Winrate nicht unbedeugt vielleicht absolut... übertrieben ist, ist es halt aber eben so. Ihre Winrate ist vielleicht nicht so hoch, wie sie könnte sein. Weil A ist es die ganze Band und B, wenn sie da durchkommt, dann... probieren die Leute halt einfach alles zu picken. Zum... Ja, das stimmt. Ja, sie muss halt einfach... Ja... Ihr Burst Damage ist halt einfach... Mhm. Mhm. Ja, du pickst halt dann einfach immer jemanden mit Cleanse und... äh, holst halt dann so Sachen, wo die halt ein Stopper machen. Und dann kann sie dir nicht... Dann kann sie dir die Combo nie geben. Dann ist es natürlich schon sehr... Ja, aber es ist gleich Q&W, es ist gleich immer noch... Aber die Chromie ohne ihr Ulti ist... Ich sag immer noch, das Ulti ist ihr grösster Problem. Wenn sie kann dein Carry oder dein Healer one-shotten vor einem Fight... Ja. Dann findest du immer der Fight, Anna. Und halt safe one-shotten. Das ist so schweissig. Hey, ist das bei euch schön? Nein. Bewölkt, aber wahrgenommen warm und so. Okay. Der Dome merkt, dann muss ich Säge kumpen. Aber sonst geht's dir gut. Ja, es ist schon nicht in der ganzen Schweiz... Äh... Ich frage mich gerade, wo ist es denn schön und heiss und wann? Schau auf den Regenradar. Aha. Kein Bock. Ja, ja. Dann weisst du es. Was ist der Magic? Ist das einer von diesen Spaghetti-Streamern, den Erich immer meint? Was ist ein Spaghetti-Streamer? Ich weiss nicht, ich weiss auch nicht, was der Erich mit Spaghetti ist oder so. Hallo, der Scooter! Hallo! Hallo! Hallo, der Scooter! Hallo! Hallo, der Scooter! Hallo, der Scooter! Oh mein Gott, der Scooter ist plötzlich... ...wah... ...random Scooter da unten. Haha, ich ahantal. Hallo! Heeeyyy! Hallo, der Scooter neun lang. Der Scooter kriegt den iniciativen. Woher weiß ich an wirksam? Das habe ich eigentlich so einen Namen erhalten? Vielleicht? Nein, ich habe noch keinen, gut. Jetzt kommt der... Ja. Eben, das ist genau das. Spiziertum kann man das nicht einfach gerne. Ja, der muss... Warte, ich kann nicht jetzt einen, genau! Spaghetti-Streamer oder was! Ich weiss nicht mehr, was ein Spaghetti-Streamer ist, Mann. Da musst du jetzt korrekt sein, deswegen eine Spaghetti-Streamerin. Also bitte, wenn schon, dann sind wir hier korrekt unterwegs. Wenn ich auf den Sack kriege. Entschuldigung, Scootoo, hallo. Flawless play. Oh nein. Kenny Vance, grüzi wohl. Soll ich Spider oder Toad-Quest machen? Ja, normalerweise gibt es jetzt immer noch Toad. Aber gell. Ja, ich mache Toad. Ja, immer Poad gemacht. Jetzt geh mal hoch. Was ist denn? Ich will mir sagen, wo ich wohne kann. Bleib einfach beim King. Hast du noch einen lustigen Mountor da, Dave? Hä? Hast du noch einen lustigen Mountor? Ja, voll. Ja, voll. Du, jetzt habe ich es dann aber gesehen mit den... ...nusigen... ...hallo... ...hilfe. Das tut mich alles flagen. Ich stehe neben dir. Ja. Was ist das denn da? Äh, das ist ein Rude von Deckert. Das ist ein H4-Hero. Ja, ja. Hast du denn mit Liesel? Ja, ja. Ich weiss, es sind vier da. Ah, nein. Ja, aber weisst du... Ja, also immer sicher noch... Ja, immer ein Leadschen. Ja, voll. Vielleicht für sie. Hanzo... Oh, Mann, ey. Einfach zusammen suchen und von jedem mal auf den Sack geht. Oh, Dave, du bist voll laut, Mann. Ich muss es noch ein bisschen leidiger machen. Das ist ich. Äh, ja, bei mir bist du voll laut. So. Jetzt ist es auch besser. Schau, komm mal. Ah, Hanzo ist bei mir. Äh, das Ding kommt dann bei mir. Ja, ich kann teleportieren, wenn du das Telefon. Aber ich glaube, der ist bestimmt noch gut. Ich habe ihn auch noch nie gesehen. Der Firebat. Kann dir irgendwas, was ich ihm noch 8 geben? Äh, nein. Du Charger halt. Du Charger auf Ölfläche. Er ist ein bisschen... Äh, also... The Underfirebat. Äh, wie heisst das schon wieder? Batrider. Tonk! Let's go! I am Le Tonk now. Äh, irgendein Produktbat. Komm in. Äh, Chana, glaube ich. Boi, sorry. Wie? Also, ich habe den Dinger da unten. Ähm, den... ... Oh, no! Ah, 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 ah! Ja. Ah, dankeschön! Jetzt kommen wir rüber. Jetzt schläger, ey! Ja, los! Schläger, ey! Hoi! Nice! Hab dich ein... Squishy gefunden. Ach, du bist ein Tötteres Gemüsch. Mach da mal jemand, dann klick. Jetzt! Okay, untersuchen. Ah, Hansli! Der Hansli! Gib mir den Hansli! Gib mir den Hansli! Hansli! Ah, die ist doch gut. Ah, wo du ihn wolle? Laisest du ihn? Oh, ich hab dich glänzt. Das hab ich ja nie Ahnung. Ähm... Nein, ich gehe dir nicht um. Ja, mal, mal, mal. Blaze und Deckard. Mal. Ja, sure. Glänz ist doch gut. Wenn... Das sind so Sachen, dann müsste ich die anderen Helden nicht haben. So Sachen. Woh, woh, woh! 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 Hä, haben wir ihn geschlägt. Ich kann Teleport für rumladen. Es kommt einfach niemals an. Ah, doch. Woh! Woh! Du hattest noch mehr. Kommt da jemand! Ja, ja, ich bin... ...on my way. Schafft ihr das alleine? Ja. Ja, ja. Soll ich runterkommen? Es war... es war... es war noch ein Vorteil. Also komm runter. Aber... Ich habe einfach sehr lange, bis ich unten bin, Leute. Aber ich komme. Ich komme. Kannst du nicht mitten rauspushen? Ich glaube, es ist gerade montan okay. Oh mein Gott. Ich bin rausgeschossen. Ich bin rausgeschossen. Es ist nicht rausgepressured. Es geht so nicht. So, ich kann... Komm runter. Mit der Linken. Ich kann einen delayen. Ich komme gleich wieder hoch. Ja, ich versuche es. Ja, ich habe es. Nice, nice. Ich komme auf dich. Oh, ja. Ah, ich bin gestandet und aus und überhaupt. Komm schon, komm schon, komm schon. Der Hammer. Rache mich los! Scheiss, Hanzo. Ja, schön! Ah! 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 Ja, ich habe ein Tribute. Ich hatte nicht 100 Leben oder so. Need to go. Ah, wir haben es. Soll ich auf den Top gehen? Nein! Ich gehe wieder hoch. Ah, ja. Too short. Ah! Ah, ich habe den Blink. Ah, wir packen sie. Ah, oh. Ah, wir packen sie. Wäh, Öl. Ah, jetzt ist es auf ihrer Seite. Wir sind aber noch zehn. Also, wir sind sicher. Ja, aber da müssen wir jetzt definitiv... Also, Steffi, komm schon mal runter. Ja. Ja. Hey Jonas, Welle ist besser. Welle Ulti. Ja. Die nehmen immer der Gargantum. Okay. Of course. Es sind immer noch drei hier. Mach es einfach. Mach es einfach. Ah, verdammt. Zu spät. Jetzt kommen wir da rein. Also. Ich stehe da noch Backstappen. Von hinten da unten. Ja, ich komme nicht gefighten. Ich komme nicht gefighten. Soll ich wieder hoch? Oder soll ich auch noch kämpfen? Ich glaube wir müssen ein bisschen stacken zuerst, oder? Du auch, oder? Ach, dann kommen wir mal runter. Ich kann da unten ein bisschen stacken. Wir reissen mich nicht. the Predator. Oh, es ist oben. Ich gehe schon mal hinauf. Ah, es kommt kaputt auf, Mann. Ah, heheheheh. The Deckard ist da. The Deckard kommt, ja. Wir pushen Porn, wir können gerade nicht zippen. Ich komme oben. Also der Hansli ist in der Mitte und der Dings ist hier. Das ist super zufrieden. Ich kann. Hansli ist da. 10 Sekunden kann ich auch. Ich hole das Ding. Hansli ist da. Wir pushen. Ja. Alle Lanes pushen. Einfach alle Lanes pushen. Gott ihm. Kommt auf den Ding. Ja. Ich push top, bitte. Ja, das ist geil. Slap. 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 Er hat ihn jetzt so motiviert zu steppen. Schon geil. Stimmt, voll demolished. Hehehe. Sie hat ein abbass. Sie hat Unternehmen. Ja. Stimmt. Sie hat sich recht. Sie hat sich schnell ausgeführt. Ich muss die Sachen pushen, das Ding draufgepackt. Ja. Ich denke da, Mini Stacks, Leute! Ah, nö. Ups. Ja, klar. Easy. Ja, aber echt. 10 Minuten, Lül. Level 11, Level 16. Ja, das ist so gemein, Leute. Der Power-of-Split-Fushman-Holy-Fank. Das ist fies, dass man 5er gegen... Eigentlich schon, als 5er-Team. Ja, darum... Also, das andere Team ist dann amix, Minimum, das 3er-Team und das 2er-Team zusammengestellt. Ja, okay. Ich kann jetzt alle wieder nerven und verlassen die irgendeine Runde. Was? Wieso? Ja. Bleiben dann! Das ist ja wie kleine Kätzchen schlagen. Oh, gemein. Nein, das hat mir echt gefreut. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Ja, das war schweizig. Alles klar. Tschüss, Joden. Für Spass, Roman. Gleichfalls. Aber da bleiben wir noch? Ja. Schon, hm? Ja, schau da. Ja, passt doch. Haken wir doch immer aus. Servas, wer ist das? Ja, ja. Ein Schweizer. Ein Schweizer, schau! Geil! Ja. Der Rank 160, glaube ich. What the hell? Also, GM, ja. Ist das nicht genau. Man könnte eigentlich auch mal Team Rank machen. Also, Servas ist der Bruder von Ray. Ah, der ist der? Ja, das wusste ich nicht. Ja. Ah, ja. Okay. Cool. Ja. Ja, von Harsten Ray. Ah, ja stimmt. Hat auch keine Nummer. Ausgekloppt. Ja. Nein, man hat schon erzählt. Gut. Kommt der Rona ins Disco? Ja. Servas. Nein, er kann nicht mehr. Ah. Okay. So. Ich kann nicht so viele Hotze-Freunde fliegen. Niemals. Ah, langsam komme ich Hunger rüber. Hm. Der Duru ist noch online. Aber der... Der Servas meint, wenn wir einen Quick Match machen, dann könnt ihr eins machen. Ja, ist Quick Match. Ja. Ist 10 Minuten Quick genug? Hehehehe. Hehehe. Ja, hey. Das ist das, was mich immer so aufregt bei Dings. Bei Ranked. Also gut, die spielen nie Ranked. Aber andere Ranked zum Beispiel. Hey. Ich habe einmal eine Stunde lang gewartet. Auf ein Match. Eine Stunde, Mann. So ein Cancer. Okay, das habe ich noch nie müssen. Ja, mal. Weil, ähm... Es ist so, dass es immer ein Match... Also, äh... Ja. Der passende Match gefunden. Und dann hat einer die Party gelieft. Und dann hat es wieder von vorne angefangen. Und das etwa 5 Mal hintereinander. Ja, das ist dann halt Bad Luck. Ja, das ist verdammt fies. Das Einzige, was mich auch zu nerven ist, dass ich es schon 10 Mal geschafft habe. Lieferst er das bekommen. Nur, weil ich habe Mixing wie Fladen und Spam. Ding. Okay. Hehehe. Auf welcher Rank hast du es nochmal geschafft gehabt, Davy? Das war doch auch irgendwie Master, oder nicht? Oder Diamond? Ja, Master, ja. Hey, kannst du dir Servus einladen beim Discord? Ähm... Jo, warte. Ja. Was kann Davy auch machen? Ja, jeder kann einladen. Ja, jeder kann einladen. Hi, Kopi. Kamera, du weiss mal. Ja, Mo. Ich streame es. Ich streame selten. Ja. Ich habe erst wieder angefangen. So nach einem Jahr jetzt. Das ist echt schon krass. Du hast wirklich ein Jahr lang nicht mehr gestreamt. Jo, happens. Ja. Ja. Die anderen haben auch ein gutes Spiel, oder? Einen. Der Naga. Aha. Nein, das ist Naga! 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 Siehst du das? Ja! Ich habe Hotsloks aktiv, die immer automatisch Games hochladen. Und scheinbar dort, dass wir automatisch gerade Tabellen geben, was die meisten gespielten sind. Heroes, Win Raid. Hm, nett. Oder Cheat. Hey, hey. Hallo. Hallo. Ich gehe hoch. Hallo. Das ist für mich ganz nie gesehen. Das ist wohl das Geier. Fahm. Sieht nach Overwatch aus. Genau. Ist das, ähm... Die Mechanik ist, irgendwann sponnt auf einer von drei Plattformen. Er wird zum Punkt freigeschalten. Ja. Und den musst du reinnehmen und warten bis 100% eingenommen hast. Und dann sponnt so ein... Ehm... Ehm... Einen Mech? Einen riesen Roboter. Einen Mech, ja. Und dort müssen dann zwei Spieler rein. Einen steuern und einen bedienspart zu haben. Cool. Du kannst schlägen Ray. Du kannst schlägen Ray. Du kannst schlägen Ray, ja. Was sind das für... Ist ein Tränk da? Ich spiele den Diablo, also nehmen sie auf. Kann ich die zufen? Ja. Du kannst drüber laufen, dann gibt es HB. Die Handprozesse machen wir auch noch schnell. Leck, so ich hatte heute noch nie gespielt. Aber es geht schon. Ja, ja. Jetzt habe ich nicht zu leveln. Ist gut. Ich meine, ich habe gerade... Was hier könnte ich aufnehmen, die Healer 10. Wir haben amazing damage in unserem Line-Up. Ja. Ming Protect, das geht schon. Boah. Gut, ich meine, sie haben einfach ein Triple... Triple Brood. Okay, cool. Wuhu. Ich glaube, es wäre gut, wenn Stitches... ...habe geht. Mann, geh weg! Warum habe ich so gerechnet D, Mann? Nein, das ist asozial. Halt. Stift trinken. Warum heute nicht? Dann Welle bleiben noch ziemlich viel korrekt. Ja. Und so bleibt noch sehr viel korrekt. Ja, F**k. Ich finde den Ton nicht so gut wie Diablo So ich komme wieder mit Bitte Da fliegt die Sache ein wenig Was mache ich da? Wir brauchen viel Mana Wir brauchen viel Mana Es gibt Potions aus wie Mana Ich bin tot Fuck Not to let your death be for nothing. Ah, shit, man. Äh, wir sollten vielleicht wachsen. Machen wir mal das Tisch. Ja. Scheiss an den Baracken, man. Vielleicht unten die Pusch. Waaaaaah! Die Tränke, wie lange bleiben die? Die? Für immer, bis du es aufnimmst. Schon, gell? Krass. So, ich hab gehört, wir müssen aufnimmst. Pressure. Ja. Ich wollte da mal kurz durch. Ja, mach mal ein Kreis. Ich muss stannen. Wuuu. Was? Ja. Ja. Oh ja. Ja. Ich wollte einfach wieder hochgehen. Wir haben die Stiches auf oder so. Pass das schon. Ja, Steffi. Ja. Ja. Ich komme auf den Lappen. Ja. Ich glaube, wir sollten da bleiben. Aha. Ich denke nicht. Ja. 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 Ich denke nicht. Ich denke nicht. Es standen nicht an. Aber auch noch. Ja. Ein bisschen. Ja. Ja, einfach. Man, ich bin nicht so. Woah! Los! Ah, damn! Nein! Kein Mana! Oh, fuck! Kein Mana! Nein! Fuck. Das blöde Spiel hat mir auf Mana. Ja, geil, hallo. Tracer-Spiel oder so? Das sind alles neue Champs. Overwatch Eros spielen. Hey Dom, erzähl mal, wo wohnst du? Was wäre? Der Dom? Ja, wer ist im Stream? Ach, wir sind im Stream. Hast du bereits wissen? Ja, sorry. Aber wir haben nicht so viele Zuschauer. Wir haben nur 12. Du darfst flamen. Ist er lobt. Ich flamen nie. Hier ist er viel Mana. Ja, jetzt schon. Also nicht bei 10, aber... Immerhin. Dann kann man schon loofen. Ah! Ja. Sit. Hm. Achtung, Mitty ist Mist. Ja, vor dem Namen. Äh, fertig. Deckel macht nur Spaß, hey. Okay. Okay. Jetzt sind gerade ein fatter Slow. Ja. Ah, verdammt. Ja, verdammt. Ja. Nice. Wie noch 10 sogen. Ja, ich soge es um. Ohne ist... ...Camp Push. Aha, nein. Es gibt gar kein Camper. Ja, da... Ja, da... Ja, dann kannst du einen Tau aufstellen. Das ist relativ gut. Das sollten wir nachher auch noch machen. Jetzt mache ich einen Lornade, oder nicht? Äh, ich dachte... Nein, das ist schon besser. Das ist einfach das andere besser, aber... Ja, aha, aha. Ich glaube, wir versauen jetzt eher auch. Ja, wir haben dann nicht großartig sowas können kommen. Ah! Was? Oh, oh. Oh, was ist das? Oh, oh, oh! Oh, oh! Das sieht so übel aus, Mann! Oh, oh, oh. What the hell? Oh, shit! Oh, Saria. Oh, die Rainer, aber... Sinus! Jan! Hey! Wie heißt das? Ja, ich habe neue Namen. Aber, wenn jetzt alle Ults benutzt... ...wir können wir jetzt noch etwas machen. In meinem Fall, ich glaube... ...komme ich an. Ja, fuck. Hey, klar. Jetzt sind wir fast. Ah! 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 Nein, du bist doch wieder da, Mann! Das gibt's doch nicht! Ah! Ah! Das ist so ein Cancel-Game! Ja, aber echt! Das ist so ein Cancel-Game! Das ist so ein Cancel-Game! Oh, shit, Mann! Wir holen uns ein Cancel-Game! Ey! Nein, Mann! Man. Irgendwie wünscht ihr euch einen anderen Tank? Welche wenigstens gar nicht? Er macht echt 1 cm damage. Ja, nein, das ist ja nicht der Gamescom. Ich hatte ihn in Ferien. Nächstes habe ich wieder. Das tut weh. Ja, das tut wirklich weh. Vor allem nicht im Laser-Stab bleiben. Der ist ziemlich krise. Ich habe einfach zurück. Ah, vielleicht Zahre hier sogar. Ich habe auch wieder gesehen. Ich habe auch wieder gesehen. Ich habe auch wieder gesehen. F***. Mein Boden ist ein großer Waffe. Ich habe auch wieder gesehen. Ich habe einen Schiff. Ich habe einen Schiff. Ich habe ihn mit. Ich habe einen Schiff. Ich hab's nicht benutzt. Das ist schon dauernd fighten. Achtung wir noch nicht töten. Wir können aber gerade fighten sogar. Ja, let's go. Ja, ich mach slow und rude. Let's go. Nice. Der Fanade macht euch denn nichts? Ja, ja. Es geht zum Wissen für mich. Ich habe immer Angst über mich von 18. Keine Ahnung was es ist. Ich gehe schnell hoch. Ich gehe... ...clearen. So, wir sind auf 13. Ich hab das ja. Können wir da Camp machen? Ja, das kann man machen. Ja, das kann man machen. Äh... Nicht öfters gehört. Johanna. Ja, ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es. Jetzt holen wir uns 16. Dann haben wir noch Chance. Ich komme hoch. Achtung Mitte. Ja, ja. Ja, kommen wir nicht zu mir. Ich bin so bis zu dort. Ich bin so bis zu dort. Ja. Einfach der Spur folgen, dann geht's. Du. Ja, Stump me, aber gang. Oh, ich bin so fertig. Oh, ich bin so fertig. Oh, ich bin so fertig. Keine Angst. Keine Angst. I gotcha. Du bist wie Hero, man. Easy, hey. Easy. Oh, so gut. Kommt raus da, man. Oh, jetzt sind gerade die ideale Ultis benutzt. Ja. Sie sind gerade etwa 4-5 Ultis benutzt. Ja. Wir können jetzt eigentlich Theoretische aufs Go-Fight. Oh. Ich route. Schön. 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 Wir können weitergehen. Schöner Trade. Oh. Ich habe nur 16, David, du gibst einen langen. Nicht für den langen. Lange ist okay. Der langen ist aber gut. Aber das andere 16 für W ist auch stark. Hey, wie kommt? Den tank ich halt. Ich weiss doch nicht, ob der Doppelty so smart ist gegen ihre Frontlines. Ah, ich würd das W nehmen, ehrlich gesagt. Also der der lange. Das W ist aber schon stark. Es lohnt extrem. Meistens, wenn ich ein wenig W bin. Achtung! Jemand muss das nehmen. Jemand. Jetzt müssen wir gleich runter. Let's go. Wenn du nachher F drückst, dann wirst du es droppen. Das gibt so healing dann. Ja, ich weiss, ich weiss. Wenn es so ein Teamfighter-Kid tropft ist einfach. Ja, ich weiss. Oh. Let's go. Einfach so zusammenbleiben, wenn wir da oben. Of course. Ich stehe mal ein bisschen vorbereitet da. Ja, hoi. Ich höre hier noch ein Point weiter. Jesus Christ. Ich bin drauf. Ja, versuche ich nicht. So langs will ich erst. LOL Was ist das? Hey, nein, das gibt's doch nicht. Ja, Mann. Ja, aber Steffi, du müsstest einfach ein wenig Stacks farmen. Weil sonst fällt uns einfach immer mehr Damage. Ja, wir kommen aber nicht dazu. Gut, die würden sie aber gerade im Maker verschwenden. Wir können die jetzt auch töten vielleicht. Oder auch nicht. Ja, vielleicht. Der Anubarak ist nicht dort, also haben wir einen Zuck da. Spielt richtig smart, wow. Wow. Splitpush stand voll oben. Alter, wieso? Du hast auch durchgelockt, Mann. Warte. Ja, den kannst du nicht aufhalten. Der Anub kommt jetzt auf. Aber, 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 lang. Hahaha. Der Anub kann immer noch haben. Er ist unterwegs. Er ist da, er ist da, er ist da. Uh oh. Uh oh. Damn. Bin unterwegs. Ah, weg, weg, weg. Ja, super. Ich schlafe und alles. Keine Angst, keine Angst. Oh mein Gott, das ist so gut. Oh mein Gott, das ist so gut. Boah, alte, die Schilde, Mann. Ich bin nicht da. Oh mein Gott. Ich bin nicht da. Okay, ich bin nicht da. Oh mein Gott. Ich bin nicht da. Oh mein Gott. Okay, ich sage den Rücken. Ich bin nicht da. Du musst nur sparen. Du hast einen ulti, T-back. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Du hast einen ulti, T-back. Ja. Oh, nicht ganz nah. Nein, nicht ganz nah. Ah, du hast einen 2.20. Ja. Ja. Das ist lang. Das ist lang. Das ist lang. Ja, die haben schon Level 2. Äh, zu passen. Ich könnte doch noch Mana holen. Wieso da? Oh, wir werden verdammt raus. Einfach hier zum Car. Geht schon, geht schon. Mal kurz heal. Ja, ich brauche Mana. Wichtig und probieren. 20 holen und den Ultra. An Excess Terminal will be online in a moment. Dampft. 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 Dampft, glaub ich. Dampft. Oh, dein Mount ist verdammt geil, ey! Ich hole mal schnell 20 und dann können wir noch einmal fighten. Aber deine 2 Turrets ist schon stark. Achtung ja. Ich habe dann noch ein Endloch Potions. Vielleicht funktioniert es auch so. Oh, 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 oh. Hey, nein. Vielleicht kommen wir jetzt noch so gerne fighten. Hey, what the hell. Also, let's go, würde ich sagen. Potions kommen jetzt nicht mal wieder nach 6 Sekunden. Okay, nice. Ich habe noch keinen UL. Rainer ist auch noch da. Ah, Mann! Rainer ist noch da. It hurts. So minnt, oder? Nein. Nein. Alter, was? Koks, Mann. Hi. Ich bin nicht schon, es ist auf Klocken. Ja. Ich bin nicht so, es ist auf Klocken. Das ist auf Klocken. Das ist schon, ich bin nicht schön. Okay, ich bin nicht einfach. Ich bin nicht nur da. Was ist es auf Klocken? das ist ein der Protektor hat ihn verletzt oh shit das ist ein AHHH HARDCORE ist ein HARDCORE FUCK das ist HARDCORE das ist HARDCORE Ja, ich habe keine Chance. Ich komme bei diesen Null durch. Oh, please. Ja, gg. Wir sind verdammt vermöbelt worden. Ja, ich hatte keine Chance. Nein, wirklich nicht. Oh, damn. Übliche Geschichte. Übliche Geschichte, Sas. Aber ja, ich sollte dann mal weg für 2-3 Stunden. Vielleicht kommen sie später oder so. Sure, gg. Bis dann. Ciao, tschüss. Tschüssli. Bibi. Das war jetzt zufrieden ins Gesicht. Hm, machen wir Silvanas. Gehen wir Leute töten? Gehen wir Leute töten? Was macht ihr das? Ich gehe schnell raus. Okay. Nur mal kurz zu machen. Ja, genau. Ah, übliche Geschichte. Oh, krass. Aber ist das, wo wir mit so starken Gegnern sind? Ja, geheimt worden oder was liegt das? Ja, das war jetzt sicher. Ach so. Weisst du, Reto hat im Teamchat geschrieben, Petrus spürt, dass wir Ferien haben, es regt nicht. Gehen wir Ferien, Omega Lul. Aber das ist wirklich so. Ja, ich muss hier etwas essen. Was soll ich essen? Ich habe keine Ahnung. Ich hole nicht wirklich etwas da. Das ist schon blöd. Livio! Ob ich Konzole spielen? Ja, ich spiele aber nur Nintendo. Ich habe sie sogar hier. Nintendo Switch. Die läuft sogar noch. Aber er hat die Daten erfolgreich heruntergeladen. Immerhin. Das ist der Vorteil, wenn eine Konsole immer läuft, dann laden sie alles automatisch runter. Ja, es kann gut sein, dass ich etwas Zelda mässiges spiele in der nächsten Zeit. Aber was ich sicher noch vorhabe, ist Life is Strange. Kennst du das? Life is Strange ist aber ein PC Spiel. Ich habe die Konzolen. Sonst habe ich die Xbox und PS4 nicht. Ich weiß nicht. Jetzt sind wir auch schon wieder eine Stunde dran. Krass. Das ist wahrscheinlich auch mein Letztes. Ich muss dann nochmal weg. Ja. Ja. Ui. Kaffee Beine. Beine? Also Beine. Hallo. Danke für den Follow. Ähm. Ich weiss auch nicht, wie lange du es noch zocken hast. Dann mache ich sicher mal Pause, weil ich etwas essen muss. Und ähm. Ja, mal schauen. Vielleicht probiere ich dann mal eine Konsole anzuschliessen. Ich weiss nicht. Weisst du das? Kann man eine N64 mit der Elgato PC anhängen? Hm. Aspa. Sorry. Aber weisst du das? Ob man eine N64 mit dem PC anhängen kann? Äh. N64 direkt. Ich wüsste es nicht. Aber du kannst sicher etwas mit Capture Cards machen. Ah. Also Capture Cards habe ich drum. Weil mit allen. Das sieht man ja. Vor allem der Speedrunner. Die zeigen ja so ziemlich jede Konsole, was es irgendwie gibt. Auch alte SNS und Nesses und so. Es sollte schon irgendwie gehen. Es wäre schon nice. Ansonsten ist es halt ein Ding zu besorgen. Ähm. Ach Gott. Wie heisst sie? Raspberry Pies, die du kannst. Ja. Ja gut. Einfach die Konsole emulieren. Ja. Ja. Also Sachen sind immer so. So mega so. Oh. Zusätzlich. Und wieder teuer. Und so viele Sachen. Ich meine, ich habe einen Ergarten. Oder so. Den Klingeln. Ja. Sonst spiele ich halt eine neue Spiele. Das neue Zelda habe ich auch noch nicht fertig. Also gut. Fertig kann man das eh nicht spielen. Ähm. Äh. Libio. Ähm. Ja. Es gibt sehr viele Games auf der PS4. I know. Aber ich bin halt einfach PC und Nintendo-Tokerin. Es tut mir leid. Und vom Streamer kannst du mit der PS4 auch gut. Ja. I know. Aber I don't play PS4. That's why. Okay. Was ist das? Scooter to the party. Scooter to the party. How much is the fish? Oder so. Das hat er sicher noch nie gehört. Scooter. Dann haben wir definitiv einen Muradin. Schon? Ja. Da ist er schon. Hey. So. Davy hat einen Muradin. Ah. 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 Jesus Christ. Ein bisschen entspannen. Bis diese Leute da sind. Hey. Sag dir. Ich habe mir ja zu Weihnachten Geburtstag ähm. Ehm. 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 Ja. Und das ist einfach das Beste, das ich immer machen konnte. Same. Hey. Ah. Ich war früher auf einem Gartenstuhl. Vier Jahre. Also fast vier Jahre. Nein, länger. Why are you doing this? Fast fünf Jahre habe ich auf einem Gartenstuhl gezockt. Du mal. Okay. Kennst du den komischen Ikea 3 Stuhl? Den halbrunden? Ähm. Es gibt viele Ikea Stuhl. Nein. Nein. Kenn ich nicht. Es gibt so einen shit Ikea Bürostuhl, der so halbrund ist. Okay. Und irgendwie die Lehne hört irgendwo mitten im Rücken. Oh shit. Und äh. Und äh. Da hat man einfach irgendwie. Da haben ja mega viele Leute. Das ist wie der komische Bälle Ikea Spiegel. Ja genau. Das ist wie der komische Ikea Spiegel. Äh. Und ich habe auf dem. Bevor ich. Oh. An der Fotos in Basel einen jetzigen Stuhl gekauft habe, bin ich glaube jahrelang auf dem Kack. Halb, drei Stuhl. Klar. Ja du hast ja einen Drei Stuhl gehabt. Also ich habe wirklich so einen Gartenstuh gehabt. Ja weisst. Ich so einfach so einen... Stuhl mit... Ich glaube seit 2015. Oh ok, das ist natürlich nice. Bis jetzt hält ihr noch. Ta-da da 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 da. Gut für das Geld erwarte ich eigentlich schon, dass die Dinger auch ein paar Jöterchen haben. Ja, ja. Ja. Ja, einer von Noble Chairs. Der war sehr teuer. Aber es lohnt sich halt eben schon. Wo du denkst. Ja gut gell, und dann schaffst du ja noch auf diese Dinger. Eben ja, ich ja auch. Ich arbeite ja oft von daheim aus. Und dann ist es einfach so. Ja, es ist verrückt. Das ist eigentlich das, was man immer sagt. Die Leute sparen gerade bei solchen Sachen manchmal am falschen Ort. Ja, definitiv. Ja, Matratzen. Stuhlbett. Und küsse. Also küsse, gute Matratzen. Du verbringst 6-8 Stunden jeden Tag darauf. Ja. Wieso ist das Ding nicht etwas vom Teuersten, das du hast? Ja, absolut. Es ist fast ein Drittel von deinem Leben. Du bist im Bett. Von daher ist es eigentlich dumm, wenn du dort den Sparst. Ich muss leider weg. What? Why? Zum Streamen brauchst du im Falle eigentlich nicht viel. Nein, zum Streamen brauchst du eine Webcam, wenn du ein Problem willst. Danke für unsere Shirtgames. Das war wirklich cool. Nein, zum Streamen brauchst du wirklich nicht viel. Nur noch drei. Also, let's go. Eigentlich brauchst du einfach... Ah, weißt du? Dann nehme ich wieder Liming, wenn alle weg sind. Also, ein Webcam, wenn du ein Facecam willst. Aber das haben nicht alle Facecam. Von daher... Dann brauchst du ein Mikrofon. Entweder du hast solche Kopfhörer, die schon relativ günstige bekommen, aber da ist die Audioqualität richtig shitty. Oder du hast ein Headset, so etwas, mit einem Mikrofon dran. Das ist so ein Mikrofon im Schnitt. So zwischen 100 und 100 Franken. Oder? Also, das Headset. Ja, etwas sind dort zusammen. Und ähm... Ja. Oder du hast so eines wie ich gehabt. Ich habe so eines. Und die sind dann halt... Es wird ein bisschen teurer. Aber ich habe zum Beispiel auch eines vom Kollegen abgekauft, der es nicht mehr gebraucht hat. Und äh... Und äh... Also Occasion kannst du die Dinge eigentlich recht günstig rüber. Und dann kommt es halt darauf an, wenn du PC-Spiele spielst. Ähm... Es ist recht günstig eigentlich, weil du nicht weiter etwas brauchst. Du brauchst... Also OBS und die ganzen Zusatzprogramme sind auch gratis. Wenn du aber von Konsolen willst, ähm... willst du zocken, dann musst du noch eine Capture Card haben. Das ist äh... Das ist so ein Teil. Das kostet aber auch noch mal 180 St. Ähm... Aber ja... Es kommt auch darauf an, was du streamen willst. Du kannst es ultra günstig streamen, wo du eigentlich praktisch kein Geld ausgibst. Und du kannst sehr teure und luxuriös streamen. Das ist halt so ein bisschen das. Gell sie? Yay! Match! Hey... Du kannst mir noch mal sehen, unsere Team-Konstellation verdammt so fancy aus mit all den Skins, die wir haben. Ich habe es nicht gesehen, ich bin gerade alle abziehen, aber was ich einfach sehe, ist, dass unser Team-Com fucking insane ist. Ja, die ist recht nice. Definitiv. Mit unserem Double-Mage-Combo. Ja, das ist kein Problem. Das geht schon. Ja gut, aber die anderen haben Batsche... Ah, der Chunkrat! Emo-Burst-Meta. Das ist Doppel-Mage-Fine. Hä, warum ist der Chunkrat... Nein... Schau mal... Der Chunkrat ist vom gegnerischen Team. Der hat ein sehr höheres Level. Da hat auch ein Elo, der höher ist als das vom... Ah, fast gleich hoch als das vom Servas. Zumindest, denke ich. Dann müssen wir hier aufpassen. Warum werden wir mit so einem Team... Den in Ihres Team hat averaged 300 Elo mehr als mehr. Balanced? What the fuck? Super unfair! Hey, nein! Deckard Cain ist einfach der eine, der verabsichtlich sein... wahrscheinlich einer, der absichtlich sein Elo-Dump hat. Deckard 4400 und alle anderen sind zweieinhalb ausgelöst. Das sind jetzt alle High-Diamonds. Mann, so gemein! High-Diamonds ist knapp Mast. Ja, super! Ja, Mann, muss ich sagen, das ist sehr ausgeglichen. Mal schauen, was Sie in Hero League haben. Hey, nein! Fiese Sache! In Hero League sagen Sie alle! Nice! Lol, okay. Okay, ich habe auch genau null Games in Hero League. Ja, aber du hast overall 5700 Games in Europa. Was? Wie viele? 5500... Ich wollte mal sagen, das ist doch gar nicht möglich! Das ist Solo, oder? Das ist Solo, oder? Aha! Ich habe gar nicht gemeint, wer... Nein, nein! Hero League ist Solo. Ah, weisst du was? Ich probiere es jetzt einfach für Spick Conviction. Ich probiere es. Ich brauche jetzt die Flame-Glas. Ich brauche jetzt die zuerst vielleicht auf das Ich versuche mich. Ich habe etwas, was ich beim Junker wissen kann. Ich habe etwas, was ich beim Junker habe. Ich habe etwas, was ich beim Junker habe. Explodieren! Genau das gleiche wie im Game. Ja, das war ziemlich das gleiche. Los! Ja, ich bin jetzt gleich wie... Ja, ich bin jetzt einfach in Towers gekickt worden, what the fuck. Dann hat er einen Trap anzusetzen, wo die einfach... Ja, wo die einfach wieder drilauschen. Ja, ich habe einen Trap anzusetzen. Und äh, es funktioniert einfach so gut. Die Bölle, die noch rauskommt. Böhm, Böhm, Böhm. Der kann... What? Der hat sich dann einfach selber wegsprengt. Ja, ja, das kann er auch. Oh, das ist hinten so wenig. Entschuldigung, oder? Du hast da nicht ihm. Ja, das ist ja. Du hast ihnGod. Ich habe mich beeindruckt. Ja, das ist schon krass. Ich sehe ein bisschen schwarz hier, bin ich die Einzige? Ja nein, das sieht gut aus, also das sieht nicht schlecht aus. Okay. Kommen wir mal zu euch runter. Ja, wir müssen jetzt einfach hochgehen. Ich wollte nur schnell... Wir müssen nicht mitnehmen. Ja. Ich dachte, vielleicht können wir so hochgehen schnell bashen, aber das ist nichts. Fuck du, wir müssen pushen. Naja, contesten wir mit. Was ist das? Was ist das? Oh, das ist der Mann. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, da oben haben wir halt und denken, das ist super. Nice. Ja, alles gut. Ey, das sieht ja besser aus, als ich am Anfang vermutet hätte. Ja, ja. Wir sind ja gar nicht so schlecht drin. Du Putsch hast, glaube ich auch nicht so, wie ich auf Stacks farme. Nein, das ist echt gut. Witzig ist echt fein. Äh. Ich weiß nicht, was jetzt nicht möglich ist, dass ich Taffy nicht sterbe. Ich weiß nicht. Nee, Stacks verliere ich. F*** ich. F*** ich. F*** ich. F*** ich. Äh. F*** ich nicht. Ich komme aus. F***er兵 Ja. Da gebremt. Sagt. G pounding. F***er 1971 Ich bin jetzt noch ein paar Stacks. Ich bin jetzt noch ein paar Stacks. Ich habe sehr viele Sachen, was ich... Ah, Phönix ist zu erschaffen. Jetzt hat der Pyroblast noch mehr Spaß. Pyro. Oh, ich kann mich einfach nicht helfen. Ich spiele die irgendwie mit Mit Accounts von ihren Brüten oder so? Ja, das ist ja ein mega hohes Fidmatch-Rating, aber das ist jetzt nicht so. Ja, aber ich habe das Gefühl, das spielen mit Accounts, die irgendwie nicht innen gehören. Das könnte noch so sein. Ja, das ist ein bisschen underwhelming. Mhm. Ja, das ist schief gegangen. Oh, der. Oh. Keine Ahnung. Er macht so eine Replette und dann kommt Smarty in Base. Mit Bonus-Rufenspeed. Da kann man immer abhauen. Da muss man basically stoppen, in diesem Moment, um aufzugumpen. Okay. Hast du das geänzelt? Ja. Interesting stuff. Praktisch neue Sekunde. Du hast praktisch irgendwie, keine Ahnung, weniger als eine halbe Sekunde zum Scanceln. Aber theoretisch. Ja. Ja. Aber jetzt muss ich wenigstacks haben. Ach so. Ja. 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 Aber jetzt muss ich wenigstacks haben. Ja. Ja. Oh, f**k, f**k. Ich hab dich gut gemacht. Ich hab dich gut gemacht. Erst in der Mitte. Ah, da war ich der Platz. Wiesest du mit mir? Aspa? Du hast mich deshalb angezüchst. Du hast mich angestuppst. Du hast mich angestuppst. Ich hab dich ein wenig weh abkippt. Ich hab dich flamen. Mann. Wiesest du? Sie sind bei flam. Ich wollte den Flam. Wenn du das so anflation willst, wenn du das so anflation willst, Ich muss mich machen. Il ist schlecht. Es geht mich in den Flam. Ich bin schwäldig. Ah, ich habe einen Klant. Ah, ich habe einen Klant. Das hat mich gefreut. Ja, wir gehen mal auf den Rufen. By the way, es hat Trampel. Was hat's? Trampel ist in Ordnung. Ah, ja. Tschüss. Tschüss, ja. Schön für dich. Ja. Die gibt es auch ohne mich. Ja. Ja, sorry, aber das ist ein verdammtes Easy-Game. Das ist los. Ich weiß auch nicht. Sie wurden gehackt oder so. Du, es ist schön wenn du so viele MMR haben. Dann gibt es für mich mehr Picks. Haha, voll. Dann gehen wir mal ein Baby. Nein, das ist alles. Entweder wir dürfen essen. Dann gehen wir vor allem. Dann machen wir den Boss auch noch, oder? Was ist er? Es scheint irgendwie die Hälfte auf die Katze. Was von innen? Mensch. Ich meine, jetzt ist einfach niemand in die Ruhe. Oben ist der Blaze, mitten ist... Oh, es sind 4 immerhin da. 5 sogar, die Chancred ist auch da. Flitter. Was ist das? Nice. LOL. Nice move, Volker. Nice move, Volker. What? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ich habe die Klappe verlaufen. LOL. What? What? Maybe Ghost of Darkness no man has ever gone before. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich komme aber bald. Dann gibt es bessere Gegner. Wir haben ja schon 3 Wins. Jaaa. Jaaa. Aaaaaah! Mr. Chunker hat immer nur am Split. Nein, nein! Also wirklich was zu machen. Jaaa, machen wir fertig! Oder wie gesagt, sonst? Das ist nicht gut. Jaaa. Shunkie kommt! Ich bin immer noch auf dem Böckchen. Ja, ja! Ich bin noch knapp drauf! Peace! So gut! Also da! Nice! Jetzt habe ich Hunger! Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Pause. Ja, das ist eine schlechte Idee. Oh ja! Level Up! Ja, das ist ein guter Game. Ja, ich bin noch die neuen Deckard Cain und Mediv zu spielen. Dann kann ich noch mal ein paar Easy Levels abstellen. Ja, das ist schon so. Bei mir ist es halt... Ich habe so meine Heroe, die so sehr gerne spielen. Aber die sind auch schon so hoch. Das ist ein Level Up, sehr selten. Ja, das ist schön. Und die anderen schiessen mich alle an! Bei mir sind einfach zwei Reihen, die höher sind als Level 10. Wenn ich einfach alles gespielt habe. Oh krass! Ich habe gerade mal sechs... Also fünf mit 15 plus. Und Sylvanas ist zehn und alles andere ist darunter. Oh, das ist schwer. Dabei eben so Level 1 und 2 sind ja wirklich für free. Also von dem her... Ja, also bis 5 ist relativ fix. Ja, das ist schon so. Voll. Eja, was soll es, geil. Ach. Eja, also... Heute hat mich gefreut für die Game. Ja, cool, habt ihr mitgemacht. Merci vielmal. Ja. Bye bye Stream. Schön. Tschüss zusammen. Geniesst es noch das Weekend. Und vielleicht später oder morgen oder whatever. Ja, ja. Kann man mit dir heute arbeiten? It's in Paradise? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. Okay, okay, okay. Also auf jeden Fall sieht man sich sonst irgendwann mal wieder. Bye bye. Tschüss zusammen. So. Ah, gotcha. Oh. Ich bin viel müde worden. Ähm. So. Gehen wir mal vor allem zum Disco raus. Das ist dann nachher eine gute Idee. So. Ah. 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 Jetzt sind wir wieder. Unter uns. Ah. Gehen wir mal was wir noch so machen können. Vor allem im Anger. Vor allem wenn Kunst die Zeit da gab, wäre aber noch so nice to have. Weisst. Ja. Ja. Ähm. Gut. Ich gehe jetzt mal etwas essen. Ähm. Ja. Tschüss Aspa. Ja. Ähm. Ich habe wirklich nichts da. Ähm. Ja. Mal schauen. Ich brauche mir jetzt irgendetwas aus dem Zeug, was ich im Kühlschrank habe zusammen. Und sonst. Ja. Ich glaube ich werde sogar eine kleine Pause machen. Eine kleine Streaming Pause. Weil ähm. Ja. Da probiere ich mal irgendwie da zu schauen, auf was ich Lust habe. Vielleicht kommt ein kleine Zelda nachher. Und dann wechseln wir wieder auf Hochdeutsch. Ich komme auch gleich zurück würde ich sagen. Ja. Ah. Wenn man so mal im Lauf ist, dann will man eigentlich gar nicht weg. Äh. Ja. So. Ähm. Ich mache eine kleine Pause. Wir sehen uns später wieder. Ähm. Weiss. Von der Zeit her kann ich nicht sagen, wann. Aber. Ah. Vor allem jetzt sind wieder die Leute. Jetzt sind die Leute dazukommen. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt sind die Leute dazukommen. Ausgerechnet. Ähm. Wer ist alles da? Der Erich schaut da zu. Erich. Du schaust zu. Wenn du mich hörst. Du musst mir bitte sagen. Was ein Spaghetti Streamer ist. What is das? Du weisst. Du weisst. Einer so zu mir kam. In meinen Chat. Und hat gefunden so. Bist du jetzt einer von denen. Wer den Erich immer Spaghetti Streamer nennt? Und irgendwann so. What? Also Erich. Falls du mich hörst. Tell me. Was ist ein Spaghetti Streamer? Es wird mich noch so. Es wird mich noch so. Es wird mich noch so. Interessieren. Muss ich also wirklich sagen. So. Also. Jetzt warte ich mal auf deine Antwort. Und währenddessen schaue ich mal. Was so. Was so läuft. Ist eigentlich sonst noch. Abgesehen von mir. Irgendjemandem streamen. Zinus. Er kommt. Ah. Ah. Gott. Immer wenn man so viele Dinge gehen. Auf seine Kanalseite. Und dann plötzlich. Mega laut. Kennt ihr das? Ähm. Wer ist im Streamen? Nicht so viel. Heute haben ja alle freigenommen. Zinus ist im Streamen. Okay. Okay. Ah. Ja. In dem Fall. Hm. Tatsächlich. Nicht so viel. Hm. Ähm. Okay. Also. Erich schaut auch nicht zu. In dem Fall. Wenn er mir bis jetzt noch nicht geantwortet hat. So wie es aussieht. Ähm. Gut. In dem Fall gibt es eine Pause. Wir sehen uns später wieder. Vielleicht. Maybe. Sehr sicher. Habe ich das Gefühl. Ja. Ähm. Mit einem anderen Spiel. Hat es ich glaube für heute gewesen. Habe ich das Gefühl. Ja. Vielleicht morgen wieder oder so. Bis dann. Bye bye. 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 Bye.